hallo und willkommen zurück sind wir jetzt sogar richtig eingang ausgang wie machen wir das jetzt man dazu machen auch das geht ok moment wenn wir jetzt nicht zugehen ist hier genug platz wenn wir zu machen wohnen können wir gehen ... ... ... Der Käse. Moment. Wie weit können wir denn zurück? Okay. Möchte aber nicht tunneln. Das ist mein Problem. War das nicht vorher? Wie tunnelt man das denn automatisch? Ich hab bestimmt eingegeben. Nö. Warum? Warum tut man das? Ist uncool. Das gefällt mir nicht. Ich will das so nicht haben. Ich will das nicht tunneln. Können wir das Wasser reinfüllen? Blockiert. Okay. Okay. Ich will den Ausgang. Und jetzt den Weg. Ich will den relativ langen. Nein. Geht das? Wohin geht denn das? Ja so. Ist aber uncool. Weg. Kann ich das nicht einfach auch sagen? jetzt. Boah. Alter. Nee. 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 Ähm. Weg weg. Weg platzieren. Weg ist blockiert. Weg ist blockiert. Weg ist blockiert. sehr schön das ding wir brauchen einen eingang wir brauchen einen ausgang auch ein weg na bis wohin kümmer gehen das so gut geht ja nur noch eher hier habe ich jetzt ein weg in geboren eingang ausgang weg platzieren eingang platzieren weg platzieren das ist ziemlich entspannend immer noch ein bisschen heavy es waren arsch voll pflanzen platzieren aber das kümmern haben wir nicht weiß wenn das so sein muss wird erreichen gehen wir jetzt erstmal die ganze einzelne station ab ring 2 station 1 gut dampflok das können wir noch einstellen da 57 bis 3 viertel besetzt mindestwahlzeit 60 sekunden maximal 120 abfahrintervall die kommende fahrzeug die station nicht blockieren 3 schön nehmen wir erstmal hier auf nee nee wir machen erstmal alle einmal fertig gut so du bist ring 2 station station ich werde mal station richtig schreiben station 2 sehr gut anzahl der verkehrsmittel 3 machen wir 5 machen wir 5 perfekt so er ist sehr gut 16 lassen wir erstmal mal das jetzt station 2 ring 2 ring 2 ring 2 station 3 ring 2 ring 2 station 3 ring 2 ring 2 das sollte alles passen haben wir jetzt die Preise eigentlich schon angepasst wir brauchen hier eh nicht auf geld gucken ne aber wie wo war das geht es anpassen hä was bei der der wir prüli отправieren 1 EURO gut okay 1 EURO Ich weiß nicht, ob das soweit ankommt. Kommt, ein Euro im Weg. So. Die steigen aus, die steigen ein. Wie beliebt bist du? Sehr beliebt. Das funktioniert. Das ist sehr gut. Haben wir eventuell noch kleine Tiere? Ich überlege schon weiter. Wir ziehen jetzt mal den Ring hier weiter, würde ich sagen. Minuten haben wir ja noch. Und da hin. Das passen wir hier mal ganz grob an, dass wir hier die Klippe besser runter gucken können. Dann schneiden wir das alles ein bisschen grob ab. Das ist eigentlich der Plan. Hier quasi ein bisschen lang rasieren. Er soll ja schön an der Klippe hier langführen. Da ist noch ein bisschen Trauer machen da oben. Also im Traumfeld. Das ist ja auch noch wegnehmen können hier. Das sieht doch gut aus. Wir müssen erstmal die Spielwiese noch ein bisschen schaffen. Sonst wären ja auch die Überhänge einfach zu groß. Das ist ja auch die Klippe. Na schön, die Leute umherdrehen. Das sind gleich bei 14.000 Besucher. Ey, 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 ey. Das ist aber noch schnell einmal fertig. Ich habe hier. Scheint wohl sehr beliebt zu sein. Ja, der hat vor allem für den Preis, ne? Na kommen sie. Und von Erde ist hingeschüppt. Jetzt wird weggeschüppt. Das ist ja, Mann. Das ist ja, Mann. Oh, was kann man so schön vermarkten? Oh, was müssen wir denn bei Gelegenheit erstmal ausbessern einmal. Was kriegen wir hier hin? Das ist ja auch gleich einmal rum. Das ist ja auch gleich einmal rum. Ich muss hier einmal die Ecke wegnehmen. Ein bisschen wegfräsen. Aber die Feinheiten machen wir dann später. Gut, dann können wir schon die nächsten Dinge anfangen. Und die sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.